Oh, Pikachu! Dich werde ich jetzt fangen, mein lieber Freund! Dich werde ich fangen jetzt! Ich werde dich fangen! Pikachu! Jawoll, ich hab's gefangen! Alter, was ist mit dir denn los? Ich hab Pikachu! Liebe Freunde, willkommen zu den Game News heute mit einem wunderbaren Thema. Ja, ein Traum wird wahr. Pokémon Go! Skoppel! Skoppel! Letzte Woche wurde ein Trailer von Nintendo, The Pokémon Company und Jantik veröffentlicht für ein Pokémon-Spiel fürs Handy. Mutschig-mutschig! Ich weiß nicht! Warum hast du Zweite? Ich weiß nicht! Skoppel! 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 Dies ist ein Spiel, was für iOS und Android entwickelt wurde. Das bedeutet, ihr könnt mit eurem Handy durch die Gegend laufen und es werden euch Pokémon auf euer Handy simuliert. die ihr dann per Knopfdruck fangen könnt. Ihr könnt auch euer Handy hinterher schmeißen. Ah! Ihr könnt auch mit anderen Kämpfe abhalten. Das heißt, einer von euch steht einem anderen mit einem Handy gegenüber und ihr gebt Befehle euren Pokémon. Skoppel! Skoppel! Ich mach dich platt! Skoppel! Tackle! Skoppel! Wie gesagt, ihr könnt die Pokémon fangen, ihr könnt gegeneinander Kämpfe abhalten. Das heißt, 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und es werden auch größere Events geben, in denen ihr Mewtwo zum Beispiel mit mehreren Leuten versuchen könnt zu fangen. Das Ganze wird durch In-App Käufe finanziert. Das heißt, wenn ihr bessere Gegenstände haben wollt, müsst ihr dafür auch ein bisschen blechen, wie zum Beispiel ein Meisterball, Superball oder sonst irgendwas. Nächstes Jahr 2016 wird Pokémon Go dann erscheinen und kostenlos herunterladbar sein im App Store und im Google Play Store. So, jetzt seid ihr wieder gefragt, was haltet ihr von diesem unglaublichen Pokémon Spiel? Wir hatten schon mal über ein Pokémon Spiel berichtet, was ja stehen geblieben ist, oder? Ich... Skoppel! Ich habe nichts mehr darüber gehört, dieses nächste Pokémon Spiel könnte sehr interessant werden und wir werden uns das denke ich mal unterladen dann, ne? Skoppel, Skoppel! Wenn es soweit ist, ne? Genau! Schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da über ein... äh... Ein Abo! Ein Abo! Ein Abo! Ein Abo! Ein Abo! Ja, so ungefähr. Tschö! Koppel, Skoppel! Ich bin ein Abo! Ein Abo! Ich habe die Kommentare, bei unseren Schlamm im Einsatz. Bis zum nächsten Mal.